Hallo meine lieben Stiergeborenen und Stier-Aszendenten und herzlich willkommen zu eurem Jahresorakel für das kommende Jahr 2024. Das, was wir jetzt machen werden, ist, ich habe ein paar Karten vorgezogen, die wir uns jetzt einmal anschauen und dann habe ich hier noch das Tarot-Kartendeck, mit dem wir nochmal zusätzliche Botschaften zu eurem kommenden Jahr einholen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wir schauen in euer Jahr. Ihr habt die Hestia mit innerer Tempel. Ich kehre heim in meinen inneren Tempel. Hier komme ich vollständig bei mir an. Wow. Dann habt ihr Desert Passage. Trust, there is a divine plan. Also vertraut, dass es einen höheren Plan gibt, einen universellen Plan. Dann habt ihr Festgelage, Entscheidungen und deren Konsequenzen. Schön. Dann eine Win-Win-Situation. In der Vielfalt liegt die Kraft. Indem du die Ideen und Vorstellungen anderer mit deinen eigenen verbindest, ist die Wahrscheinlichkeit groß, eine einzigartige Lösung zu finden. Mach den Anfang, indem du dich auf die Aspekte fokussierst, mit denen alle einverstanden sind. Sei dann bereit, Kompromisse einzugehen und mit den anderen zusammenzuarbeiten. Behalte dein inneres Gleichgewicht bei und wähle eine angemessene Herangehensweise. Und wir haben Angriff ist die Lösung. Gehe mutig deinen Weg. Diese Karte, die habe ich vorher nie gezogen. Jetzt ziehe ich die so häufig gerade. Sehr spannend. Und das ist das, was mir das auch... Also ich kriege bei euch so ein bisschen eine Vorsicht rein. Und das kann hier wirklich sein, dass euch das Leben sehr gebeutelt hat in den letzten Jahren. Und ihr dadurch lieber auf Nummer sicher geht und sagt, nee, bitte keine großartigen Trubel mehr im Außen. Ich möchte meine Ruhe haben. Und hier geht es darum, dass oft dann, wenn wir aus diesem Zustand kommen, wo es so turbulent ist, dass wir uns oft verstecken und sagen, wir wollen unsere Ruhe haben. Und gleichzeitig ist aber hier wirklich die Aufforderung, auch mit dieser Angriffskarte weiterzugehen, dran zu bleiben. Und es wird von Haus aus ruhiger werden durch das Weitergehen. Und das wirst du sehen. Es ist das Stehenbleiben, was ungemütlich wird. Es ist nicht das Weitergehen. Es wartet tatsächlich, wenn du dir mal diese Karte hier anschaust, eine total ruhige Zeit auf dich, eine schöne Zeit. Hier war noch sehr viel Enge, ja. Aber du bist hier schon durchgekommen und bist schon auf deinem Weg. Der Weg geht da entlang. Es ist frei, die Sonne scheint, ja. Es ist deutlich vorhersehbarer, als es die letzten Jahre war, ja. Du siehst deinen Weg wieder besser. Du kannst dadurch, dass es eben außen ruhiger wird und dass das Außen nicht mehr so sehr deine Aufmerksamkeit braucht, kannst du dich wieder mehr um dich kümmern, um deinen eigenen inneren Tempel. Du kannst wieder bei dir ankommen. Du kannst dich innerlich wieder sammeln, wieder bei dir sein, ja. Und hier auch mit dem Festgelag ist auch so wirklich, gönn dir was nächstes Jahr, ja. Genieße die Süße des Lebens und schau, dass du wirklich, ja, dass du ein Jahr hast, dass du einfach feierst, wo du dir Dinge einfach gönnst, die dir gut tun. Und das muss sich nicht lohnen oder irgendwas, ja. Es lohnt sich schon, wenn wir es einfach nur genießen. Das Festgelag ist so wirklich so, das Buffet macht sich auf und du kannst den Teller nehmen und kannst dir alles nehmen, wozu du Lust hast, ja. Greif zu ist so ein bisschen auch die Botschaft für das nächste Jahr für dich. Kehre heim zu dir und greif zu. Lege so innere Bedenken ein bisschen ab, ja. Das ist oft so, dass wenn wir sehr viele Stürme erlebt haben in unserem Leben und dann ein bisschen aus der Höhle rauskommen, dass wir erstmal ganz vorsichtig den Kopf rausschrecken und schauen, ob es eh vorbei ist, ja. Und bleib hier nicht mit dem Kopf nur draußen stecken, sondern geh ganz raus. Es ist okay, es ist leichter, es ist friedvoller, ja. Du wirst sehen, du bist unwahrscheinlich auch gewachsen in der Vergangenheit. Vielleicht wirst du das im nächsten Jahr erstmal so richtig feststellen, weil während den Wachstumsphasen sind wir so damit beschäftigt, dass wir uns hier und jetzt kümmern und um das, was uns das Leben so zuschmeißt, ja. Dass wir gar keine Gelegenheit haben, uns darum zu kümmern, ja. Was mit uns eigentlich gerade innerlich passiert. Und dazu wirst du aber im nächsten Jahr die Möglichkeit haben, dass du dich um dich wieder kümmerst, ja. Du wirst auch feststellen, wie stark du geworden bist, ja. Wie mutig du auch gewesen bist, diesen Weg zu gehen, diese Schwierigkeiten zu meistern. Du hast dir sehr viel in Einklang bringen können in der Vergangenheit. Und ich sehe so wirklich so, du hast im Außen sehr viel in Einklang gebracht. Und jetzt geht es darum, dass der innere Einklang folgt, ja. Dass du wieder in Einklang kommst, dass du wieder verbunden bist mit dir. Und dass dich einfach auch nichts mehr aus der Bahn schmeißt, ja. Dass du wieder in die Ruhe zu dir kommst, ja. Und das ist so, weil ich gerade diese Flamme hier auch sehe. Diese Flamme signalisiert ja auch diese Ruhe, ja. Die tanzt nicht im Wind. Es ist Ruhe, es ist windstill. Du kannst losgehen, es passiert nichts. Ja, wichtig ist einfach nur, dass du innerlich auch so ein bisschen deine Vorsicht ein bisschen ablegst, ja. Weil das ist nicht angebracht im Nächsten. Ja, das brauchst du nicht, diese übertriebene Vorsicht. Ja, ganz, ganz wichtig. Achte, weil ich sie auch nochmal lese. Achte auf dein inneres Gleichgewicht bei allem, was du tust, ja. Also nächstes Jahr hat dein inneres Gleichgewicht, dein innerer Frieden absolute Priorität. Und da darf dich einfach nichts aus der Bahn schmeißen oder sollte dich nichts aus der Bahn schmeißen. Und deswegen hier ganz wichtig, bleib einfach auf deinem Weg und vertraue, dass es auch für das nächste Jahr einen Plan für dich gibt, ja. Und dass der Lebensplan nicht immer bedeutet, dass wir die größten Lektionen hinter uns bringen müssen, sondern dass manchmal Teil des Lebensplans auch ist, dass wir mal ein, zwei Jahre haben oder sogar länger, wo wir uns einfach mal erholen dürfen, ja. Wo wir mal die Süße des Lebens genießen dürfen, ohne dass uns gleich immer diese Riesenbrocken hingeschmissen werden, um die wir uns kümmern müssen. Wir schauen mal mit dem Tarotkartendeck, was ich hier bei euch noch zeigen möchte. Wir haben, oh schaut mal her, die Neun der Münzen, die Fülleenergie, ja. Ja, Erntezeit, mal zu ernten, ja, du hast die drei der Schwerter, ja, absolute Heilungsenergie, wir heilen alte Verletzungen, ja. Wir, sag ich gleich was dazu, die acht der Schwerter, habe ich schon gesagt, prassichtig sein da. Wir haben die Sonne, schau. Hier kommt die Sonne raus und drunter liegt die Sonne. Also, was wollt ihr mehr? Die Sonne ist wieder da, alles ist gut. Und du hast nochmal die innere Stärke, ja, die hatten wir ja da schon mit dir. Du bist stark gewesen, ja, und gleichzeitig darfst du dich jetzt auch mal hinlegen, ja. Auch ein Löwe braucht mal eine Pause und darfst nicht mal in die Sonne legen. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil die zwei die beieinander liegen. Und ich kriege bei dir wirklich so dieses, du hast, du warst oft vor dem Aufgeben, du wusstest nicht, wenn das so weitergeht, ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe, ja. Und du hast es aber geschafft und du bist angekommen. Und das letzte Stück, was es noch zu schaffen gibt, ist wirklich diese Spuren, die die vergangenen Jahre bei dir hinterlassen haben, wirklich so heilen zu lassen. Und Heilung heißt nicht immer, dass ich mich um Wunden kümmern muss, dass ich da was draufschütten muss und cremen und ein Pflaster drüber, sondern Heilung bedeutet manchmal auch, dass ich die Wunden einfach mal in Ruhe lasse, ja. Dass ich einfach mal in Ruhe lasse. Ich kenne das von meiner kleinen Tochter, die hatte so einen Mückenstich am Bein und die hat da gekratzt und dann habe ich ein Pflaster drüber gemacht. Dann musste sie wieder nachschauen, dann hat sie wieder nachgekratzt. Und durch dieses ständige, das Wiederaufreißen, hat das halt ewig gedauert, bis das geheilt ist, ja. Und manchmal müssen wir die Dinge einfach in Ruhe lassen. Wir genießen das Leben, wir kümmern uns währenddessen um andere Dinge. Und das macht sich von selber, ja. Manche Dinge heilen im Laufe des Gehens ganz alleine, ohne dass du dich darum kümmern musst, ja. Vertraue darauf, dass auch ein Heilungsprozess jetzt für dich vorgesehen ist, der vor allen Dingen hier auf gedanklicher Ebene ist, ja. Ich sehe hier ganz viel so Limitierungen in der Vergangenheit. Du hast dich vielleicht eingesperrt gefühlt, ja. Es sind Limitierungen. Natürlich, wenn wir innerlich Limitierungen haben, begegnen sie uns auch im Außen, selbstverständlich, ja. Und geht ja gar nicht anders, universelles Gesetz. Und indem wir einfach diese Limitierungen hinter uns bringen und uns vielleicht auch manchmal mit Limitierungen abfinden. Manchmal will ich auch mit dem Kopf durch die Wand und dann stelle ich fest, dass die Wand stärker ist als mein Kopf, ja. Und das tut weh und dann bin ich traurig, weil ich mir dachte, ich schaffe das, ja. Und das ging es halt nicht. Und auch das ist in Ordnung, ja. Und es ist ja nicht schlimm, innerhalb eigener Limitierungen zu operieren, ja. Weil Grenzen sind nichts Negatives. Wir dürfen uns nur nicht damit beschränken und einschränken. Und ich sehe aber auch wirklich so bei dir, du hast keine Limitierungen im Nixen. Ja, es liegt das Festgelage drüber. Du darfst dir alles nehmen vom Buffet, was du haben möchtest, ja. Du hast All-Inclusive gebucht, ja. Da ist alles mit dabei. Du musst nicht am Buffet stehen und schauen, was du jetzt darfst und was nicht. Du nimmst das, wozu du Lust hast, was du brauchst, was für dich jetzt wichtig ist, weil es für dich und deine eigene Heilungsreise jetzt einfach notwendig ist, ja. Und das kann manchmal auch sein, dass wir da ein bisschen Zeit brauchen, uns wieder an so eine lichtvollere Zeit auch zu gewöhnen, gerade wenn es in der Vergangenheit nicht so war. Aber du wirst das schaffen. Da bin ich zuversichtlich. Wir haben noch die Neuen der Münzen. Und das ist einfach, schau mal, sie hat hier ganz viele Münzen in ihrem Hütchen hier, die erntereif sind, die bereit sind zu ernten. Sie ist bei sich angekommen, ja. Die hat sich selbst eine stabile Basis geschaffen und vor allen Dingen innerlich. Wir unterschätzen manchmal, wie stark wir geworden sind durch Schwierigkeiten, ja. Wir unterschätzen manchmal die inneren Ressourcen, die wir dadurch geschaffen haben, auf die wir dann zurückgreifen können, ja. Und auf denen wir uns auch mal ausruhen können. Also das ist wirklich ein Jahr, wo du mal einfach die Schönheit des Lebens genießen darfst, ja. Einfach mal durchatmen darfst, ja. Dich um deinen eigenen inneren Tempel kümmern darfst. Vielleicht magst du dir auch sehr viel gönnen im nächsten Jahr, wo du sagst, hey, ich tue jetzt einfach mal Dinge, die mir gut tun, wozu ich mir normalerweise keine Zeit nehme, ja. Oder wozu ich keine Zeit hatte in der Vergangenheit. Und ich sprenge damit vielleicht auch ein bisschen meine eigenen mentalen Grenzen, ja. Und schaue jetzt einfach mal, wenn ich mir was hole vom Leben, ob was passiert, ja. Wenn ich einfach mal zugreife am Buffet, was dann auf mich zukommt oder was, ob ich geschimpft werde oder ob das Leben eh nichts macht, ob ich es einfach kann, ja. Wir sind oft so in unseren eigenen Limitierungen, dass wir sagen, nee, ich nehme nur das Nötigste, ja. Und dann schrauben wir uns selber so runter. Und hier geht es aber darum, auch wirklich hier in diese Energie der Fülle auch zu kommen, ja. Dass von allem genug da ist, dass auch für dich gesorgt ist, dass für dich auch genug da ist. Und dass du dich auf das auch verlassen darfst, ja. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Energie, wo du dich im nächsten Jahr ausruhen darfst drauf, ja. Auch ein Löwe darf sich mal ausruhen und die Kräfte sammeln. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Energie. Meine lieben Stiere, ich freue mich für euch. Wünsche euch ein fantastisches Jahr 2024. Wenn euch das Orakel gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss, baba. Bis dahin, 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 bis dahin bis dahin, bis dahin 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 Vielen Dank.